Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 1119 auf der Schrappenbach. So weiter gehts hier. Zack, wir kommen hier. Jetzt. Wer hat noch gelacht, wenn wir uns das nicht hinkriegen? So ein bisschen größer das Feldlein auch. Donne. Wegen. Kudli. 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 Das ist schon ein Ding-Helb. Das ist auch schon ein Ding-Helb-Brötchen. Das ist schon ein Ding-Helb-Brötchen. Das wird nur sein. Jetzt los. Küsst es wieder auf einmal auf. Jetzt los. Kudli. Das ist ein Schubelant. Vielen Dank. 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 Der Bäcker ist das Ding, wie er es hören kann. Wenn der Bäcker ein Ding kann, ein Brot. Einfach ist das eine Geschichte. Der Kunstlager wurde geholt, kann man malen, dann wird es. Hier kommt ein Bäcker. Der Bäcker bringt uns nicht schon in die Rolle vor der Tür. Der Bäcker ist größer als Bild. 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 Und hier kann man alles so ein neues Bild herausfiltern. Also wenn ich rede, können wir das Hintergrundpumpe gleich noch mit dabei haben. Sonst dürfte nichts dabei sein. So weit, da gehts. das ist natürlich und einfach ausgeschlagen und verrechnen hebe es zu weil die Schnee hat wieder zugeschlagen so 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 Der Dinkel ist sehr ertragreich, steh ich gerade fest. Dass das hier über den Klippel-Ungrad noch weg wäre, dann kriegt er noch 10 oder 20% Mal nachgucken, ob man den Klippel machen kann. Ich bin schon mal wieder auf dem Klippel. 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 20% gehen verloren. Eine ganze Menge her. Vielleicht nicht, wie es gedüngt worden ist, weil es noch alles verloren gegangen ist. So. Aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Räumchen da. Ich bin raus. Ich bin schon mal wieder auf dem Klippel.